Und da sind wir wieder zurück. Alter, jetzt ist die Hose im Arsch. Du Wichser, jetzt kann ich wieder Heiz sammeln gehen, weil du Widerling, du Scheusal. Ja, du Scheusal. Ich werde den Hintern aufreißen. So. So, AFK. So, nein, das reicht mir. Du hast meine Hose jetzt einfach zerstört, ja? Jetzt kannst du dir mal eine neue machen. Das ist jetzt nicht mal meine Schuld, ja? Wenn du zu mir kommst, mich während der Anmoderation hier rüber angreifst, dann muss ich was tun, ja? Also, das geht so nicht. Ja, ja. Du hast mich angegriffen. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt dreimal eine neue Rüstung fahren müssen, weil du mich immer angreifst, ja? Und ich kann auch nichts dafür, wenn du frustriert bist, weil du immer verlierst. Dafür kann keiner was. So. Ähm. Und ARK ist gerade wieder kurz gefreezt. So viel zum Thema Update. Äh. So, wir sind wieder zurück bei Island Kings. Ich hätte ja vorher gerne die Anmoderation gemacht, aber ihr wisst ja, in Florian ist das... Oh nein, da ist ein Alpharaptor. Florian, geh den mal töten. Ja. Ja, ja. Ja, gleich. Mach ich dann. Ist gleich erledigt. Ja, kein Ding, kein Ding. So, ich suche hier immer noch nach irgendwas, was Heid gibt, aber hier in dem fetten Wald ist einfach nichts unterwegs. Hier kannst du in die Schlucht reingehen. Wo der Alpharaptor ist, ja genau. Ach so, in der Schlucht ist er dran. Na, ich weiß nicht, welche Schlucht du meinst, aber da hinten ist einer und da ist er drin. Oh, sau geil. Da geht, da ist die Schlucht. So ein wunderschöner kleiner See, mitten im Wald. Boah, das ist cool. Hier war ich noch nie. Oh, ist das schön. Ist das schön. Oh. Voll beautiful. Ich finde aber irgendwie immer noch nichts, was Heid gibt. Außer die Fischer, die uns den Arsch aufreißen, mal abgesehen davon. Geh in die andere Richtung, mal auf. Oder du kichst die zweite Track. Da sind aber Kanus zwei und da hinten Raptoren. Ja, nicht da drauf. Die andere Richtung, Richtung... Eiswelt? Eiswelt, Eiswelt. Da, ach so, da hinten. Hm. Hast du, bist du beim Trike? Ja, ich, ja. Okay. Ich mache dir meine Arbeit selber und lasse nicht immer den Raptor alles machen. Ja, weil du keinen hast. Du würdest den Luxus, du würdest den Luxus eines Raptoren sicher zu schätzen weisen. Sicher zu schätzen, zu schätzen weisen, wenn du auch einen hättest. Ja, ich wollte ja eigentlich mit den Teilen, aber du hast gesagt so, nein, das ist Tierquälerei. Tierquälerei ist das, go vegan, hast du gesagt. Hab ich gesagt, okay, respektiere ich, respektiere ich. Dann gehört der Raptor eben mir. Was jetzt? Ich hab vor den Trike abschießt, hab genau gegen den Baum geschossen. Aber, aber, aber nicht unseren Trike. Ähm. Aha. Ich bin weit weg von unserem Trike. Ja, das ist blöd, weil jetzt sollte mal jemand gucken, ob der noch Torpor, äh, braucht. Ja, dann mach bitte mal was. Ja, ich versuche ja Heiz zu sammeln. Ich versuche ja nur Heiz zu sammeln für die Rüstung, die du mir schon hundertmal kaputt gemacht hast. So, fahr ich zur Wanderl, aber ich hab 46 Heiz. Gut, dann, dann geh ich, dann geh ich. Hättest du das gleich gesagt, die Kommunikation bei uns stimmt halt einfach nicht, ja? Mein, so, so weit kommt's noch. So. Er kommt schon, lass mich rauf, da. Dieses Netzplay hier, das, das strömt einfach nur so vor, vor Sarkasmus und Ironie und eigentlich, weißt du, wir kommen einfach nicht vorwärts, weil die meiste Zeit bist du damit beschäftigt, den nicht zu verlieren. Es ist halt frustrierend, das kann ich verstehen, aber dafür kann halt der Zuschauer nix. Ich mach 80 Prozent, äh, das meiste darin. Ja. Dann 10 Prozent ich hier, geil, und die anderen 10 Prozent mach ich selber nix. Eben. Und ich bin hier am Heiz sammeln, nur, weil, möchte ich ja nicht. Wüsste ich ja nicht, wenn du nicht meine Rüstung kaputt gemacht hättest, verstehst du? Hätt ich das nicht machen müssen. So ist das. Ich mein, da, da braucht man noch nicht diskutieren, das ist halt so. Boah, das ist schon fast zur Hälfte fertig. So, lass mal kurz rechnen. Das sind 3,30, 1,40, sind ungefähr 7, geben wir dem mal. Was machst du? Was ist denn so lustig? Ein Raptor-Kill. Wieso, wir sollten, wir sollten dir ein Raptor noch holen irgendwann. Aber wir können nicht das ganze LP durchgehend zähmen. Und wir brauchen übelst viel Heiz. Wir brauchen richtig viel Heiz. Wir bräuchten eigentlich wirklich, wir bräuchten eigentlich echt einen zweiten Raptor. Ich hab jetzt schon wieder, wo sind sie denn? So, wie viel Heiz hab ich denn? Ja, 91 Heiz. 5 Heiz. Ich hab bis jetzt noch fast nichts gefunden, weil alles, was ich finde, bringt mich um. Kanus, Prontos, Rechse. Das ist... Autsch. Ist halt nicht so geil. Ich weiß nicht, wo du da bist, dass du auf einmal alle Viecher findest, aber... Würde mich auf jeden Fall interessieren. Das ist noch ein Pronto, Alter. Jetzt geh mal das Reste gar in meine Richtung. Eigentlich müsstest du mich eh sehen, oder? Dass ich da abmim bin. Äh, äh. Nope. Das ist ein Parasaur, ja? Endlich mal eine leichte Beute. Ah, jetzt seh ich dich. So, ich geh jetzt auch 182 Heiz. Äh. Hier wird geblieben. Bleib mal stehen. Da, 182 Heiz. Wo? Der will in den Raptor reinkommen. Achso. Danke. Jetzt kann ich mir endlich auch mal die Rüstung machen und dann... Und dann hauen wir das alles in die Spikes rein. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Freie um. Oh, was ist mein Speerschwitter im Arsch? Ah, jetzt hab ich... Ach, jetzt hab ich aussehen ne zweite Hose. Nein. Was zum Teufel? Alter. Mann, ich kann mich ja... Ich... Dieser verkackte Pronto, Alter. Mann. Ah, diese Dildofusaurier, die sind so nervig. So. Nein, das ist nervig. Gott sei Dank. Nein, nicht noch eins. Insekten. Oh nein, nur Insekten. Ach, Gott sei Dank. Ja, die mit der Rüstung. Mit der Rüstung bin ich noch unwiderstehlicher. So. Ich guck dann hin und wieder mal nach dem Trike. Ja, war sehr super. Ja, mein... Irgendeiner muss ja die Arbeit machen. So, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß nämlich gar nicht, ob die Bären, die wir haben, reichen für das. Ich hätte noch genug mit. Aber man hat so kommen. Was muss man sagen? Warte, ich bin gleich da hinten, ist es. So. Ja, das reicht locker. Das sollte locker reichen. So. Könnte ich jetzt theoretisch ja eigentlich ein paar Wodenspikes machen. Die Frage ist nur, wo stellen wir die hin? Wir müssen ja... Wir müssen ja die Dinosaurier auch irgendwie reinparken. Das ist doch circa so über mir. Also ein bisschen sehr groß. Also ein bisschen... Ja, aber eine Seite mal abspüren. Bis zur... Bis zur Steinmauer. Bis zur kleinen Klippe da. Ja, ich würde sagen, wir machen... Wir können ja hier vorne so ein Dinosauriergate hinstellen. Und dann rundherum Spikes. Dann haben wir hier noch Platz, für die Viecher abzustellen. Ich meine, das wird ein bisschen dauern. Aber... Ja, es wird sehr lang dauern. Da brauchen wir eigentlich... So, jetzt... Eigentlich. So, was will ich denn hier mit dem Scheiß? Das geht weg. Das geht auch weg. Nein! Wo kommen die ganzen Scheißviecher daher? Alter, was ich hier alles killen muss. Nimm diesen Scheißviecher aus. Ja, das ist die Ark. Das ist die Ark. So, das Strike geht vorwärts. So, was kosten jetzt diese Spikes? Äh, wo sind die denn überhaupt? Da! Wood, Fiber und Hide. Na gut, brauche ich eigentlich nur Wood. Vorerst mal. Spannen, das Wood Farming. Mit Florian und Silberlos. La 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 la. What the fuck? So, was wollen die Leute sehen. Den ganzen Tag nur auf Bäume einkloppen. Das ist genau das, was jeder Zuschauer sich in seinen Träumen wünscht. Ähm. So, Dinosaurgate. Dinosaur... Nein! Nein, 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 nein. Geh weg. Boah. Ähm, was war jetzt? Riesen... Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Riesen... Flieger. Ah, diese Mega-No-Aura oder wie die heißen. Ja, diese komische Käfer, die fliegen können. Ah, ja, ja. Ja, genau, genau, noch mehr. Nein! Nein, nein, nein. Drei um, drei um, geh weg. So. So. Äh, 40 Steine. Titanomia. Ja, genau, Titanomia Soldier oder irgendwie sowas. Geht sogar fleischig heiß wie gesagt. So. Dann baue ich jetzt schon mal hier die Dinosaurgates. Äh, jetzt reicht's dir das Wut nix. Das kann doch nix sein. Das darf nicht sein. Hier, füte Steine stecken. Rappto kann mich bald nicht mehr tragen. Ne, das glaub ich gern. Ich kann ja den Scheiß noch tragen. Leider. Ja. Bisschen mehr könnten ich schon noch tragen. Ah, dafür, dafür kommt dann bald das Strike ins Spiel. Ja, Gott sei Dank. Äh, das waren die Besten, Alter. Ganz ehrlich. Ja. Die meisten kennen die gar nicht mehr, ja? Obwohl, obwohl die nicht, äh, jünger sind als ich viel. oder als du aber die meisten wissen überhaupt nicht mehr wer diese legendären leute sind genau also wer die nicht kennt der sollte sich schämen ich habe mir jetzt auch schon überlegt alle alle 50 filme ich habe jetzt auch schon überlegt ob ich mir mal irgendwann das buch von dem kaufen soll was jetzt rausgekommen ist von bad spencer ja was ich euch noch sagen wollte da ist es glaube ich der wird halt so der wird halt auch wissen dass er sagen wir mal nicht mehr allzu lange unter uns weilt kann ich mir zumindest vorstellen dass das vielleicht ein grund ist warum das buch so heißt aber ganz ehrlich und 90 prozent von dem was die machen ist besser als 90 prozent von dem film von heute weil was was jubel ein irgendwelche scheiß super effekte ja da war genau drin das war richtig geil einfach nur ein bisschen auf die fresse und dann geht schon und immer lässig immer lässig immer geil absolut absolute sterne am fundament sozusagen das war nicht so schnell bis zu der treue gezielt doch wir können wir sagen mal irgendwo er führt sich was er führt sich drei gelegt geschlecht der fiel mehr das wäre so krass ja das können wir direkt noch mehr machen ich sehen schon wie Wie die Views damit in der Folge runter gehen Weil wir immer diese High-Level-Viecher zählen So, ich stelle das Tor hier so seitlich hin Dass man dann da noch Viecher abstellen kann So Und dann die Neuen Und so Komm her, komm her, komm her Vorne die Fresse Pein, vorne die Fresse Nehm, gespuckt Der Dildophosaurus Ja Was ist das für die Vorgrenz? So Sind sogar zwei Oh nein, oh nein Sollen wir hinten? Nein, sind sogar drei Das ist schlecht Okay Das sind sogar vier Scheiße Gut, das ist blöd gelaufen Florian, wir sehen uns dann Wir sehen uns dann in einer anderen Welt Nein, alle vier tot Das ist ein harter Jung Aber natürlich ganz viel Heiz Dankeschön Das scheiß Viecher So Soll ich hinten am Wasser auch Da Spikes machen Oder lassen wir das Wasser ganz frei Oder lassen wir da nur so ein Ding, das wir reingehen können, trinken Ja, machen wir das so Weil wenn ein T-Rex drüber schwimmt, wäre er uns grad zieht Oder keine Ahnung Weil der vorgeist auch rüber geschwommen wieder Ja, der braucht ja eine Viertelstunde, bis er hier ist Weil das nicht so schlecht So So Ich muss ja grad mal ein paar Sachen verlagern So Guck mal kurz Guck doch nicht, der Raptor ist überladen Zack Das war echt freundlich Wenn du mir besser entgegenkommen könntest Erwartet Ich hab 200 Heiz Und ich bin ziemlich Verfickt voll Ich komme gleich Ich muss nur kurz hier mit dem Raptor Mal nach dem Track gucken Aber jetzt geht's Wir haben gerade Gewicht gelevelt So Tragbarkeit So Jetzt wird zurückkommen Das gibt plus 11 Level, wenn alles gut läuft Fast Könnte so an die 90% Taming-Effekt werden Was natürlich Aber Level 40 Track war schon echt geil Ja, unsere ist dann eigentlich auch bald Level 40 Wir können ja nicht immer Wir fangen kleiner an Ja schon, aber der könnte dann Level 60 haben Oder Level 55 Ja, das schon Aber 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 Brauchen wir noch nicht Wir können nicht immer das Beste rauspicken Wir sind zwar YouTuber, aber Hätten wir schon vielleicht raufrennen können Auf den Berg, um Essen zu farmen Na gut Das Na Naja Wenn da Giganotosaurus rauskommt, dann Ist es scheißegal Ja schon Ja, kommt auch an, wo der hinklappt Naja Der hat den Level 55 Raptor mit einem Bisse fast gekillt Ich hab's auf Band Ja Nee, aber es kommt davon, wo er hinglaubt ist Wenn er in die andere Richtung klappt ist von uns, dann ist er eigentlich bursch Da oben kann er eigentlich ziemlich viel machen, was er will Äh, in viel Richtung rennen, natürlich Sooo Sooo So Wow Was diese kack wie ich ja immer wir haben gleich einen das wäre so nice dann haben wir endlich mal wenn du das fisch hast dann ist erst mal alles cool da kannst du mal ganz viel fahren und dann du sagst verdächtig oft nein ist irgendwas ich bin doch gar nicht da wo ist denn jetzt der ist raptor hast du gekillt gott sehr dank gott sehr dank der raptor kommt mir entgegen ich stich zu schwer bricht ab ich will die fäuste weiter er ist gestorben durch meine fäuste als es für ein was das für eine pussie er war der 6 zu glück das ist weiter ja schichte das messer das messer ist level 56 das ist schon heavy er wiesner wiesner die lobos aus der her gekommen was zum fikt macht er da das baut wird das ist ein klar das baum der scheiß sicher du musst aber schon weit weg sein kann das sein weil ich sehe nicht mal mehr wenn du was kielst der biker im zocker ein schwarzer landspitze von jürgen so noch ein bisschen weiter zu bekommen und weiß dort sehr zurück ganz schönheit und ich bin ja schon am spike wall bauen ja noch mehr scheiß jumpies kann man eigentlich schon diese wasserrohre machen das wäre nämlich ziemlich geil wo die kosten fünf punkte so eins alter er ist ein sorter ja komm komm schon so diesen ganzen rohr scheiß kannst du dir sparen den habe ich gemacht ok na super so jetzt hau ich noch diese spike walls da rein das wir dann so ach so machst du es so so perfekt ja hier der dritte ist fertig nice neu ist neu ist neu ist neu ist der vierte gesitzer es ist gut das kann man das kann sich sehen lassen da komm schon nice das farming monster ist an start so machen wir gleich hier weiter so muss das laufen so Florian und Silbalos im Einklang mit der Natur ja kannst du gucken kurz so 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 reicht so von vom umfang und dann da rüber und dann auf der anderen seite wieder runter ja 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 natürlich vergisst du mal ein größeres Tor brauchen dann bald wir ein Wrecks und sowas haben naja gut aber was wird noch geil wäre wenn wir irgendwann weil von dem Osterupdate haben wir jetzt ja nicht so viel gesehen jetzt können wir jetzt können wir hier eigentlich auch noch ein Tor hinhauen äh zum Farm gehen quasi dann lasse ich den spike wall nochmal dann kommt da als nächstes ein Tor hin und dann machen wir eben mal eben kurz die was wollte ich machen ich wollte die Stein Stein Dinger machen Stein Stein Steinberg das gebe ich mal alles dem Raptor so jetzt können wir uns eigentlich ja jetzt müssen wir dem Shrike noch einen Namen geben ja voll und dann brauchen wir eigentlich nur mehr was halt noch nice wäre wäre ein zweiter Raptor irgendwann die kann man ja das die meisten Viecher kann man ja nebenher so zähmen lassen jetzt wo wir auch ähm Marco rkotekpferde machen können ist sehr kein Problem so level up also schon jetzt müssen wir lieber reinschmeißen ich sammle in der Zeit mal hier das ab und dann ist die Axt im Arsch ja klar und ich kann sie nicht reparieren so ich mach ganz viel Fleisch ein Level noch dann können wir ja die 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 Metallwerkzeuge machen ne ja hab ich schon hast du schon ja hast du den Ofen schon erlernt den großen ähm dann mach ich den weil warte mal warte noch warte noch ist schon zu spät ich hab schon ja dann machst du die Smithy ist auch geil dann mach du die Smithy das Ding kann man eh immer gebrauchen ja voll die Smithy ist auch noch wichtig ah ich kann den Skorpionssattel ah jetzt können wir den Skorpion auch endlich benutzen ja hat doch war doch nicht ganz so sinnlos ja siehste siehste weil die Smithy nochmal äh gib einen unten Smithy Asch ja ja ah das kostet ja nur Stein ja dann mach ich das gleich mal so Smithy ist auch erlernt so ich hoffe ich krieg das jetzt hin er ist dahin schon perfekt so so ich glaub wir brauchen eins davon oh ok das war's eigentlich schon wenn ich das richtig im Kopf habe eins davon ja dann dann Rossbau und das ganze Metallwerkzeug haben wir schon gelernt also ok ja das muss ich eh auch mit lernen weil das muss ganz nicht reparieren genau das ok da reicht so ein Ding da brauchen wir gar nicht zwei so jetzt brauchen wir das noch dreimal gerade raus ich muss jetzt eigentlich die Feuerstelle die musste ich weg machen weil die Spike wollte dann durchgehen achso dann mache ich noch eine Feuerstelle noch Stein so Level Up 9 öh ich will das hoch machen na nicht nicht so ok down 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 das war irgendwie nicht das was ich haben wollt dann wird es das hier gewesen sein los ja das war's ja das war's brauchen wir aber noch eins von nö das tut sie auch nicht so ganz das ist doof ach das ist immer so ein Scheiß mit diesen Stein Dingern da weißt du nicht was für was ist ja genau äh so 5 5 ich kann die Arx wieder reparieren und dann können wir eigentlich auch an der Stelle wo ich gerade auf die Uhr gucke wieder einen Cut machen wir machen wieder einen Cut und sehen uns wieder in der nächsten Folge von ARK Island Kings mit Florian und den anderen Viechern siehst du so war es auch schön oder so danke schön danke mein Meister danke schön bis zur nächsten Folge bis zum nächsten Mal und tschüss tschüss